Hallo Leute, ich grüße euch. Ich wünsche euch allen ein wunderbares, kraftvolles 2018 mit neuen Rhythmen und dass eure geliebten Rhythmen stabil sind. Dieses Jahr haben wir neue Workshops und neue Formate. Ich freue mich sehr, euch die zeigen zu dürfen. Und ja, und es ist vieles möglich. Viele Rhythmen. Ein Jahr ganz für dich. Ein Jahr ganz im Sinne des Rhythmuses, Stabilität und Freude, Veränderung und vor allen Dingen dein ganz persönliches Selbst. Deine ganz persönlichen Rhythmen. Und zu diesem Jahr möchte ich dich einladen, besuche unsere Webseite und lass uns miteinander einfach trommeln. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Und so weiter und so weiter. Bis bald.